So Freunde, nach dem iPhone 11 gibt es jetzt das Unboxing zu dem brandneuen iPhone 11 Pro in Space Grau. Falls ihr das Unboxing zu dem iPhone 11 verpasst habt, dort oben findet ihr einmal den Link und in der Beschreibung ist das Ganze auch nochmal verlinkt. Jetzt geht es aber weiter mit dem iPhone 11 Pro. Viel Spaß! So, da haben wir das Schmuckstück auch dann schon. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine komplett andere Verpackung als bei dem iPhone 11. Hier nochmal zum Vergleich. Die iPhone 11 Packung ist weiß und dann ist die jeweilige Farbe von dem Gerät dort drauf abgebildet. Was gleich ist, wir sehen das Gerät von der Rückseite oben drauf, was es eben im Vorjahr nicht gegeben hat. Bei den Pro Modellen, wie ihr sehen könnt, haben wir eben jetzt einen schwarzen Karton und wir sehen eben einmal das Gerät von der Rückseite in der richtigen Gerätefarbe. In dieser Version habe ich hier jetzt das kleine 11 Pro genommen in der Farbe Space Grau. Deswegen haben wir hier ein Space Graues Gerät und auch noch hier an der Seite einen schwarzen iPhone-Schriftzug, ein schwarzes Apple-Logo und einen schwarzen iPhone-Schriftzug und noch ein schwarzes Apple-Logo. Auf der Rückseite befindet sich auch wieder, wie beim iPhone 11, einmal die Speicherkapazität auf der Rückseite und auch nochmal eine Zusammenfassung, was sich alles im Lieferumfang befindet. Wir brauchen inzwischen kein Werkzeug mehr, um das iPhone auszupacken. Wir haben hier einfach nur einen Tab, den wir einmal zum Öffnen nach oben ziehen. Und dann öffnet sich auch schon die Plastikverpackung und wir haben unseren Karton hier freiliegend. So können wir uns den Karton auch nochmal ein bisschen besser angucken, ohne die ganzen Spiegelungen. Wir sehen hier einmal die schöne Rückseite von dem iPhone und ansonsten ist das ein wunderschöner schwarzer iPhone-Karton. Das erinnert mich so ein bisschen an die ältere Zeit von den ersten Geräten, das erste iPhone, das 3G und 3GS und so weiter. Das kam ja damals auch noch in einer komplett schwarzen Verpackung. Daran erinnert das so ein bisschen. So, dann haben wir natürlich immer wieder diesen schönen Moment, wenn wir die Packung aufmachen. Tada! Und dann haben wir dort auch schon wunderbar das iPhone 11 Pro drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht in echt nochmal deutlich krasser aus mit dieser matten Rückseite, als auf Videos oder Bilder von irgendwelchen anderen Leuten. Also ich empfehle euch, falls ihr sehen wollt, wie das Ganze in echt aussieht, geht in einen Apple Store, geht zu Gravis, Mediamarkt, Saturn. Schaut es euch in echt an. Es sieht in echt deutlich besser aus, als auf irgendwelchen Fotos oder Videos. Ja, dann haben wir hier unten noch einen Tab, um das iPhone rauszuziehen. Das mache ich jetzt einmal. Und ich muss sagen, es sieht schon echt verdammt geil aus. Dazu kommen wir aber gleich. Wir gucken uns einmal nochmal an, warum ihr hier alle eingeschaltet habt. Das ist ein Unboxing. Wir gucken, was sich in der Verpackung befindet. Da haben wir hier jetzt allererstes ein Booklet, wo wie immer draufsteht, designed by Apple in Kalifornia. Das können wir hier einmal rausziehen. Wir sehen dann hier die Kurzanleitung, um sich ein bisschen mit dem iPhone zurechtzufinden, falls man noch nie ein iPhone mit Face-ID zum Beispiel hatte. Dann haben wir hier ganz klassisch ein SIM-Tool, um die SIM-Karte einzulegen. Und wir haben hier ganz hinten auch noch zwei Apple-Sticker, die man aufs Auto oder irgendwo anders hin kleben kann. Als nächstes haben wir hier natürlich auch noch Kopfhörer mit bei, die auf Lightning gehen. Das sind die ganz normalen Earpods, die eigentlich überall mit bei sind. Das einzige, was jetzt wirklich neu ist, ist der weitere Umfang. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir ein etwas anderes Netzteil mit drin. Denn das iPhone 11 Pro ist das erste iPhone, was es überhaupt gibt, was ein Schnellladegerät mit dabei hat. Anstelle hier diesen alten 5-Watt-Netzteils mit normalem USB, haben wir jetzt beim neuen iPhone 11 Pro ein 18-Watt-Netzteil, was USB-C hat mit dabei. Wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Das iPhone lädt jetzt fast doppelt so schnell. Wir brauchen dementsprechend auch ein neueres Kabel. Das ist auch im Lieferumfang mit dabei. Wir haben hier einmal eine Lightning-Seite und auf der anderen Seite ist einmal USB-C. Und so können wir das iPhone jetzt mit 18 Watt, also relativ fix, aufladen, was mit den anderen Geräten nicht möglich ist, da dort eben nur das normale Netzteil mit dabei ist. Also beim iPhone 11 haben wir das normale Netzteil mit einem normalen USB-Kabel. Das ist schon ein Feature, was nur das Pro-iPhone bekommt. Ihr könnt euch natürlich das Netzteil nachkaufen. Falls ihr ein iPhone 11 habt, dann könnt ihr auch so schneller laden als mit dem Standard-Netzteil. Wir haben bei dem iPhone 11 Pro eine komplette Glasrückseite, die aber in dem Fall jetzt matt gemacht worden ist. Also da ist eine spezielle Beschichtung drauf, dass die Rückseite jetzt matt ist, damit ihr mehr Grip habt, falls ihr das iPhone in der Hand habt. Wir sehen hier den Kamerahügel mit drei Kameras und da drin ist das Glas glänzend. Wenn wir uns jetzt mal das iPhone 11 dazu anschauen, sehen wir, wir haben eine glänzende Rückseite und einen matten Kamerahügel. Also wir haben hier genau das andersrum wie beim iPhone 11. Der Apfel in der Mitte ist in derselben Farbe wie das Gerät. Das finde ich schon mal im Vergleich zum 11 deutlich besser. Und in dem Fall ist er auch glänzend und nicht matt. Ja, wir haben hier einen kompletten Edelstahlrahmen, in dem Fall in Space Grau, was wirklich unglaublich gut aussieht. Dieses schwarze Handy. Wir haben auf der Vorderseite ein OLED-Display, das mit 5,8 Zoll eigentlich eine perfekte Größe hat, wie ich finde. Auf der Rückseite hat das iPhone 11 Pro jetzt eine triple 12 Megapixel Kamera. Wir haben einen Weitwinkel, einen Ultraweitwinkel und wir haben ein Teleobjektiv. Wir haben jetzt auch neu den Nachtmodus mit dabei, um in der Nacht auch wirklich richtig geile Fotos machen zu können mit den richtigen Lichtverhältnissen. Wir haben einen helleren LED-True-Tone-Blitz auf der Rückseite und auch nochmal das Mikrofon. Ja, wir haben hier auch wieder, wie beim iPhone 11, den A13-Bionic-Chip drin mit der Neural Engine der dritten Generation. Was hier aber auch nochmal die größte Neuerung neben der Kamera ist, ist der Akku. Der Akku soll nochmal vier Stunden länger als beim iPhone XS halten. Und wie herausgekommen ist bei anderen Nutzern schon, die Akkulaufzeit ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Beim iPhone 11 Pro haben wir jetzt eine 3046 mAh Batterie. Beim iPhone XS im Vergleich waren es nur 2658. Ja, also wir haben fast 400 mAh mehr, was sich auch im Alltag wirklich bemerkbar macht. Denn das Display und auch der Prozessor soll deutlich effizienter sein, was sich auch durch eine längere Akkulaufzeit dann bemerkbar macht. Falls ihr euch für das iPhone 11 Pro Max entschieden habt, dieses Gerät hat 3969 mAh. Das ist also richtig ein fetter Klopper. Das iPhone XS Max, was davor draußen war, hatte nur 3174. Also dort sind es auch nochmal fast 800 mAh, was schon richtig, richtig krass ist. Ja, dieses Jahr müssen wir uns nicht über den Akku beschweren in dem neuen iPhone. Die Kameras sind deutlich verbessert worden. Der Prozessor ist richtig bombenstark. Wir haben hier 4 GB RAM mit an Bord, was mit dem iOS Betriebssystem wirklich ausreichend ist. Das System kann wirklich sehr gut damit umgehen. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen, knapp an RAM zu sein. Ja, wie gesagt, wir haben hier einen Edelstahlrahmen, der wirklich das Gerät deutlich wertiger macht als jetzt ein Aluminiumrahmen. Macht es auch schwerer, nimmt aber nicht so viel Schaden, wenn das Gerät einmal herunterfällt. Wir machen jetzt einmal hier die Folie auf der Vorderseite ab. Man sieht dann auch hier oben die neue Face-ID-Kamera, die bis zu 30% schneller sein soll beim Entsperren. Und auch die Kamera ist jetzt vorne mit 12 Megapixel, genauso wie die Rückkamera und kann genauso 4K-Videos aufnehmen mit 60 FPS und kann auch Slowmotion aufnehmen. Wer das gebrauchen kann, für Vlogs ist das vielleicht ganz praktisch. So, ich habe jetzt hier im Vergleich einmal das iPhone X und wir sehen, von der Größe hat sich nicht viel geändert. Ihr könnt ja gerne mal auf die Apple-Webseite schauen. Das iPhone 11 Pro ist um ein paar Millimeter höher und breiter geworden. Aber im Großen und Ganzen sieht man das jetzt hier nicht. Die Geräte sind gleich dick, gleich groß. Vom Display her ist das eigentlich fast identisch. Haben dieselben Anschlüsse. Man sieht es halt im Großen und Ganzen an der Kamera. Ja, das iPhone hat nur hier diese Doppelkamera, das iPhone X und das 11 Pro hat eben die Trippelkamera. Ja, was man halt auch noch gleich sieht, glänzende Rückseite, matte Rückseite. Ja, wir können uns das Ganze jetzt auch nochmal angucken im Vergleich zum iPhone 11. Ihr seht, die kleine iPhone 11 Pro Variante ist kleiner wie das iPhone 11. Das ist auch ganz normal. Ihr könnt mir doch jetzt mal in die Kommentare schreiben, welches ihr von den drei Geräten am besten findet. Oder ihr könnt dort oben ganz einfach abstimmen. Das ist natürlich am einfachsten. Und mich würde jetzt interessieren, wer von euch hat sich ein 11 Pro gekauft und wer von euch hat sich ein 11er gekauft? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und das war es dann auch schon mit dem Unboxing. So Freunde, das war es dann auch schon mit meinem Unboxing zu dem neuen iPhone 11 Pro. Wir haben uns das Gerät ein bisschen angeguckt, verglichen mit den Vorgängern und mit dem iPhone 11. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Gerne euren Freunden weiterempfehlen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.